Mein Name ist Jana Hausmann. Ich koordiniere die Scout-Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir bieten ein umfangreiches Unterstützungspaket an zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, was auch für kleine Unternehmen praktikabel und finanzierbar ist. Das Stressmonitoring ist ein Tool, was über eine App Beschäftigten ermöglicht, jeden Tag Eintragungen zu machen zu ihrem eigenen Stressempfinden, zu Belastungen und Ressourcen. Und so kriegen sie eine gute Rückmeldung natürlich für sich selber und können auch die Coaches der schnellen Hilfe kontaktieren, die bei der Interpretation oder eben auch bei Schritten in Richtung Verhaltensänderung, Stressempfinden nochmal unterstützen können. Die Daten geben natürlich dem Mitarbeiter selber einen guten Überblick über sein eigenes Stressempfinden und können Rückschlüsse auf Veränderungsschritte geben. Aber sie sind auch auf betrieblicher Ebene auswertbar. Ein Unternehmen kann dann den Organisationsberater fragen. Die Daten können interpretiert werden für den Betrieb oder auch für Abteilungen ausgewertet werden, sodass man da auch Rückschlüsse für das betriebliche Gesundheitsmanagement daraus herleiten kann oder einzelne Maßnahmen ableiten kann. Die schnelle Hilfe ist eine Hotline in Kombination mit persönlicher Beratung. Die Mitarbeiter können sich mit allen beruflichen und auch privaten Fragestellungen an die Hotline wenden und bekommen dann vor Ort auch Beratungstermine bei einem von unseren Coaches. Das sind ausgebildete Beratungskräfte, die auch einen guten Zugang haben zum Beratungsstellennetzwerk vor Ort. Wir bieten auch Weiterbildungen zu Gesundheitsthemen an. Wir haben zum Beispiel die Weiterbildung zur Fachkraftbetriebliches Gesundheitsmanagement. Diese Weiterbildungen sind modular aufgebaut, sind sehr praxisorientiert und können auch berufsbegleitend absolviert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017